Guten Morgen, es ist verdammt früh, kurz vor sechs. Ich bin bepackt wie ein Esel. Ich fahre heute nach Hamburg. Ich habe einen wichtigen Termin in Hamburg. Es geht um LibriLeo und dass wir LibriLeo nach Hamburg bringen wollen. Aber vorher fahre ich jetzt ins Fitnessstudio. Der eine oder andere hat es vielleicht gesehen. Ich habe mir von der ganzen Weile vorgenommen, morgens sehr früh aufzustehen ein paar Mal in der Woche und Sport zu machen. Und es hat tatsache ganz gut funktioniert. Ich bin erst morgens laufen gegangen, dann bin ich abends auf Fahrrad langgegangen. Und jetzt stehe ich morgens ein paar Mal sehr früh auf, also halb sechs. Vor allem ins Fitnessstudio machen ein bisschen Sport, gehen hinterher in die Sauna. Also das sind zwei Stunden der absoluten Entspannung. Genau das mache ich jetzt noch und dann fahre ich direkt nach Hamburg. Ins Fitnessstudio kann ich euch zwar nicht mitnehmen mit der großen Kamera, aber ich nehme die kleine Kamera mit, da ist Filmen die mich nicht erlaubt. Bis zum nächsten Mal. Ich bin fertig. Ich habe einen schönen Sport gemacht. Ich habe euch doch mitgenommen. Ich habe einen Saft rüber gekauft und dann geht es auf nach Hamburg. Das ist wirklich der perfekte Start in den Tag. Sport, Sauna, Kaffee, frischer Saft. Besser kann es noch nicht laufen. Wenn ich jetzt noch gut durchkomme und schnell nach Hamburg komme, dann habe ich echt gewonnen. Das fängt auf jeden Fall richtig gut an. Ich bin gerade auf die Autobahn rausgefahren. Stau. 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 So und wie ihr seht, ich bin mittlerweile in Hamburg angekommen. Ich weiß nicht, ist so eine Hassliebe mit Hamburg. Eigentlich finde ich es ganz schön, aber ich finde, dass hier so arm und reich sehr dicht beieinander sind. Ich war, als ich mal einen richtigen Job hatte, als als ich noch für andere gearbeitet habe. Ziemlich häufig in Hamburg. Deswegen kenne ich die Stadt ganz gut. Dein nächstes wären es Unrecht mit dem Jumper. Ich brauche auf jeden Fall noch was zu futtern. Ich habe so einen Hunger. Ich hatte das jetzt nur heute Morgen eine Banane und seitdem gar nichts. Ich probiere hier wirklich ganz gezielt für den Sommer mal im Bauch loszuwerden. Durch viel Training, aber auch durch gesunde Ernährung. Und da ich am Wochenende Skiday hatte, das heißt zweimal wirklich richtig reingehauen habe, ist das eben ein bisschen schwieriger, was ordentliches zu finden. Das ist schon echt krass. Ich meine, das ganze System ist darauf ausgelegt, dass man ungesunde Dinge isst. Überall. Ungesund, fettig mit Fleisch. Ich muss euch zeigen, ich habe eben das perfekte Mitbringsel für Mathilda gefunden. Dann bin ich an meinem Müsli-Laden vorbeigelaufen. Und so wie Magnus gerade auf Piraten steht, steht Thilda auf Tina und Bibi. Ich kriege jetzt ein schönes Tina und Bibi Müsli. So, jetzt habe ich mir ein bisschen zu viel Zeit gelassen. Und es ist voll ärgerlich. So, wenn wir uns das beim Asiaten geholt, wäre ich 10 Meter weitergelaufen, 10 Meter, hätte ich mir einen geilen Salat holen können. Ist ärgerlich, aber ich muss mich jetzt mega beeilen, das heißt, ich kann es nicht mehr essen. So, meinen Termin habe ich erfolgreich hinter mich gebracht. Ich habe eben einen coolen Tipp bekommen und zwar meinte die Frau, mit der ich mich getroffen habe. Ich sollte doch unbedingt mal hochgehen auf die Plattform der Elbfeldharmonie. Von da aus hätte ich einen super Blick. Und das fände ich natürlich total spannend und das mache ich direkt. Das Ticket war für uns. Die musst du nicht zahlen. Echt verrückt, dass wir ihn gekocht haben. Ich muss jetzt eben echt das Mikro abbauen, weil der Wind so reingeblasen hat, dass mir fast die Kamera umgehauen hat. Was ist denn jetzt hier arschkalt? Ich habe so mega milchrote Hände, es ist gut kalt, aber die Aussicht ist unglaublich. Das ist echt super beeindruckend, man hat eine mega geile Aussicht. Ich habe auch echt Glück mit dem Wetter, kein Schietwetter, sondern richtig geil Sonnenschein. Ich verfolge ja schon seit ein paar Jahren, dass wir das Ding endlich fertig bauen. Ich meine, im Gegensatz zu uns Berliner haben wir Bauprojekt fertig. Wir brauchen noch ein bisschen. Ein mega krasses Gebäude, wirklich. Total abgefahren. Ich habe es ja schon gesagt, dass ich noch ins Miniatur Wunderland will. Ich habe da eben Tatsache vorher angerufen. Ich habe mir sagen lassen, dass es dort sehr voll ist, weil viele Menschen dort rein wollen. Und um nicht dumm da zu stehen, habe ich vorher angerufen. Und das ist, wie es der Zufall will, direkt um die Ecke. 13 Euro. In welchen Bundesland besitzt du uns? Decken. Ich habe nicht abgefahren, mit wie viel Liebe zum Detail das gemacht wird. Und dass es hier auch wirklich nachts wird. Und das ist hier auch wirklich nachts. Ich fahre jetzt nach Hause, von daher ab ins Auto, nach Hause. Ich fahre jetzt nach Hause.